Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verbannt sie. Dann hob er ihn auf, sein Reittier brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Lukas 10, 33. Für die Menschen im Dienst an den Kranken, lasst uns beten. Ewiger Vater, dein Sohn hat seine Jünger ausgesandt, die Kranken zu heilen. Wir bitten dich für die Ärzte und das Pflegepersonal. Schenke ihnen das Licht des Heiligen Geistes, damit sie ihre Arbeit als Dienst am Leben erkennen. Gib ihnen die Kraft, ihre Aufgabe in kompromissloser Liebe zu verrichten. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater im Himmel. Erbarme dich, unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich, unser. Gott, Heiliger Geist. Erbarme dich, unser. Heiligeste Dreifaltigkeit, ein einziger Gott. Erbarme dich, unser. Jesus vom Heiligen Geist empfangen. Erbarme dich, unser. Jesus im Stall zu Bethlehem geboren. Erbarme dich, unser. Jesus, der unsere Schuld getragen hat. Erbarme dich, unser. Heilige Maria. Bitte für uns. Mutter des Erlösers. Bitte für uns. Mutter des Lebens. Bitte für uns. Mutter der Barmherzigkeit. Bitte für uns. Königin ohne Makel der Erbsünde empfangen. Bitte für uns. Königin der Familien. Bitte für uns. Königin des Friedens. Königin des Friedens. Bitte für uns. Heiliger Erzengel Michael, du Sieger über die finsteren Mächte. Bitte für uns. Heiliger Erzengel Gabriel, du Verkünder der Menschwerdung Gottes. Bitte für uns. Heiliger Erzengel Raphael, du Begleiter auf unseren Wegen. Bitte für uns. All ihr lieben Engel. Bitte für uns. Ihr heiligen Schutzengel. Bitte für uns. Heiliger Johannes der Teufel, der du im Mutterleib vom göttlichen Kind geheiligt wurdest. Bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Du Bräutigam der Gottesmutter, bitte für uns. Du Nährvater des Sohnes Gottes, bitte für uns. Du Haupt der heiligen Familie, bitte für uns. Du Patron aller Väter, bitte für uns. Heiliger Lukas, Patron der Ärzte, bitte für uns. Heiliger Paulus, Apostel des Glaubens. Bitte für uns. Heiliger Judas Thaddeus, Helfer in aussichtslosen Nötern. Bitte für uns. Ihr heiligen unschuldigen Kinder. Bitte für uns. Heiliger Maximus, Patron der Säuglinge. Bitte für uns. Heiliger Nikolaus, Patron der Kinder. Bitte für uns. Heiliger Don Bosco, Apostel der Jugend. Bitte für uns. Heiliger Maria Goretti, du Märtyrerin der Reinheit. Bitte für uns. Heiliger Agnes, Patronin der jungen Mädchen. Bitte für uns. Heiliger Monika, Patronin der Ehefrauen. Bitte für uns. Heiliger Ritter, Patronin der Familien. Bitte für uns. Heiliger Ritter, Patronin der Familien. Bitte für uns. Heiliger Anna, Patronin der schwangeren Frauen. Bitte für uns. Heiliger Geramayela, Beistand gebärende Mütter. Bitte für uns. Heiliger Antonius von Patua, Patronin der Alten. Bitte für uns. Heiliger Stanislaus Koska, Patronin der Sterbenden. Bitte für uns. Heiliger Johannes von Gott, Patronin der Krankenpflege. Bitte für uns. Heiliger Markus von Paul, Patronin der Wissenschaft und Forschung. Bitte für uns. Heiliger Maximilian Kolbe, Patronin der Medien. Bitte für uns. Heiliger Thomas Moros, Patronin der Politiker. Bitte für uns. Heiliger Therese, Patronin der Missionen. Bitte für uns. Heiliger Giana Bretta Mola, du Märtyrerin mütterlicher Liebe. Bitte für uns. Heiliger Mutter Therese, du Zeugin von der Würde jedes Menschen. Bitte für uns. Erbarme dich uns, Herr, o Herr. Erbarme dich uns, Herr, o Herr. Erbarme dich uns, Herr, o Herr. Gegrüßet seist du, Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Weibern. Und gebeneid ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes. Bitte für uns, arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Liebes Jesu Leib, ich habe dich so lieb. Dich will ich loben und preisen in aller Ewigkeit. Ich danke dir, O Jesu Leib, ich schließe dich in mein Herz hinein. O mein liebes Jesu Leib, mein liebes Jesu Leib, ich habe dich so lieb. Dich will ich loben und preisen in aller Ewigkeit. Ich danke dir, O Jesu Leib, ich schließe dich in mein Herz hinein. O mein liebes Jesu Leib, mein liebes Jesu Leib, ich habe dich so lieb. Dich will ich loben und preisen, ich schließe dich in mein Herz hinein. O mein liebes Jesu Leib, mein liebes Jesu Leib, gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind, der ich bin, uns allen deinen Segen gebe. Amen. Amen.